Guten Morgen, ich möchte Ihnen heute ein System vorstellen, das ist wichtig zu wissen, ich habe es die letzte Woche implementiert und es ist wichtig zu sehen, dass das geht in so kurzer Zeit. Was ich Ihnen zeigen kann, ist so etwas wie ein Bootboard, das heißt das, was Sie im Studio oder in der Ferne im Büro von Ihren Kollegen machen, um zu sehen, was es so alles gibt und dann auf Ihren Grundtagen als Referenzen dann auf den Tisch in Ukraine zu machen, Modelle zu bauen und so weiter. Aber Sie haben so etwas wie ein Panorama der Möglichkeiten der Welt. Und ich würde das nennen, das sind die Träume der letzten Nacht. Das ist das, was Sie mal an die Wand nehmen. Und das ist ja wirklich so, dass Sie da ein paar hundert von den Bödern hängen haben und das war es dann. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie das hinkriegen mit Code. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, dass ich so etwas, ich bin jetzt literat in diesem Ding, ich kann das jetzt aktiv schreiben, in drei, vier Tagen aufbauen kann. Und wir haben jetzt einen Zugriff auf 1.3 Terabyte-Daten bei Wikipedia. Die werden benutzen müssen, 42 Gigabyte für die Setzplatte plus 42 Gigabyte für die Daten, wenn Sie es installieren müssen. Die müssen Sie nicht nur bei Übung und über dieses Ding nehmen. Das ist zu schnell und zu komplex. Und was ich zur Verfügung habe, sind alle Gebäude, die auf Wikipedia beschrieben sind, in 400 Kilometern. Und das bearbeitet als, Sie können damit arbeiten, wie mit einem Buch. Das sind die Träume der vergangenen Nacht. Das heißt, alle gebrauchten Gebäude der Welt, die so relevant sind, dass auf Englisch in Wikipedia steht. Und Sie können natürlich gegen ein paar anderen Art von Datensatz vergleichbar liegen. So, ich zeige Ihnen, wie das geht. Wenn Sie das runtergeladen haben, haben Sie nicht viel zu tun, um es zu benutzen. Sie brauchen halt diese 100 Gigabyte Platz auf dem exklusiven Platz für das System. Sie laden einen Index, das sind 40 Megabyte. Das ist so eine Kaskade. Es geht immer um Indexieren, den das hier. Im Internet haben Sie 1,3 Terabyte. Da brauchen Sie auf dem Computer lokal, in der Skizzen auf die Konzentration gibt es ungefähr 100 Gigabyte. Dann kriegen Sie einen Arbeitsspeicher, damit Sie arbeiten können, arbeiten ungefähr mit 40 Megabyte. Und mit diesen 40 Megabyte indexieren Sie die 100, und aus dem 100 indexieren Sie die 30,5 Terabyte. So geht das. Deswegen geht es darauf, dass Sie mit Google über die ganze Welt erfüllen sind, weil Sie so die Gaskaden von Eskalierungen und Datenbänge haben. Und immer nur über Zeigerkader. Indexe. So, diese Indexe stehen auf einem Pfeil. Dann hier, das steht hier, wenn Sie das auch erklären, wie die aufgebaut sind. Die laden Sie. Das ist das Erste. Dann laden Sie die Cluster, in denen die Indexe sortiert sind. Sie laden die Konzepte. Das sind jetzt die Cluster. Die sehen Sie jetzt in einer Mischung aus verschiedenen Begriffen, die zusammengestellt sind, für unter einer Nummer, einem Cluster, einem Unit. So, und davon habe ich 140 erzeugt, oder 12 mal 12 erzeugt. Und Sie sehen, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, zu verstehen, worum es geht bei solchen Sachen. Und das ist jetzt eine Definition. Das ist ein Begriff, der definiert ist. Und das hier ist ein, äh, gibt einen Namen. Das ist eine Kategorie, die kein, inzwischen in Begriffen liegt. So wie ich das mit dem Dreieck auch gemacht habe. Immer, dass hier die, äh, die beiden, äh, Katheten, die sind immer real. Das sind Begriffe. Und die Hypotenuse, das ist etwas vom neuen Tag. Und die alte Welt ist immer in den Katheten vorbei. Und dieses hier ist eine Zusammenstellung. Und diese Kategorien, die sind einfach nur so entstanden, dass ich alle Bilder genommen habe, mit ihren Begriffen 144, dann einen Error von 144 Units, Elementen, gemacht habe. Und ich jetzt die Bilder so sortiert habe, dass die Elemente immer gleichmäßig werden, das heißt gleich viele Bilder beinhalten, ungefähr. Aber möglichst unterschiedliche, die zu jedem, zu allen anderen sind. So. Und deswegen haben die alle keine Begriffen mehr. Sondern die muss man mit einem Namen, äh, benennen. Und das ist eine andere, äh, äh, entfalt. Also das ist dann, äh, darotierende Begriffen, statt dass sie ausgebreitet sind. So, und hier seht ihr jetzt, in welchem Spiegel von Begriffen, die jeweils bezeichnet sind. So, das laden sie auch. Sie sehen, das laden wir durch. Jetzt könnt ihr direkt anfangen zu, zu, zu arbeiten. Sie sagen, ich möchte gerne in den Begriff 11. Hier, Subway-Slaying-Devon, machen wir mal was anderes. So, in den Begriff 11 möchte ich gerne, äh, arbeiten. Ich möchte gerne 12 Meter sehen. Ich möchte gerne im Jahr 1500 arbeiten. Und zwar bis ins Jahr 1600. Italien, 2.000 Kilometer Barrios. Und dann sucht er Ihnen aus der Datenbank. Der hat in diesem Unit 1.000 Räder. In dieser Zeit, in dieser Geolocation gibt es, äh, äh, 40 und da sind jetzt 12 Beispiele von. Und wenn Sie jetzt, das jetzt, was immer so ist, und das sehen Sie jetzt, braucht keine Theorie mehr. Und jetzt gehen Sie einfach 100 Jahre später, oder 200 Jahre später. Und das ist jetzt das gleiche Konzept. Und Sie sehen, dass sich die Dinge ändern. Und was Sie jetzt tun können, ist, Sie können über die Geologie, äh, über den Ort aus der Welt, und Sie können über die Jahre jeweils sehen, wie sich etwas offensichtlich verändert, an allen Beispielen, die es gibt. So, und das brauchen wir nachher, um offensichtlich die Unterschiede zwischen dem Parametrik der Renaissance und der, äh, der Grammar, der Aufklärung zum Beispiel, dann zu sehen. Dann zeige ich Ihnen, wie die Innenwände und die bearbeiteten Innenwände offensichtlich mit hunderten von Beispielen sich komplett anders organisiert, in der Renaissance als im Barock, und im Barock anders als in der Aufklärung, und in der Aufklärung anders als in der Romantik. Das geht in der Fassade, dann das gleiche Spiegel, dann das gleiche Spiegel, dann das gleiche Spiegel und so weiter. So können Sie ein Panorama über die Zeit machen, wie sich die Dinge verändern. Die Hypothese ist, dass Sie die, äh, Gebäude, Innenraum und Zeit drehen. Oder vom Hören ins Sehen, vom Gehen ins Hören drehen. Und das werden wir an diesen Dingen, äh, dann, äh, illustrieren. Dafür habe ich das programmiert, dass wir, äh, das mit vielen Beispielen überlegen können, was das bedeutet, wenn Sie sagen, ich kann die Wand nur hören und mich sehen. Im, äh, im, äh, im Barock. Und in der Renaissance kann ich sie sehen. Und wenn Sie das dann in einem guten Beispielen sehen, dann sehen Sie tatsächlich, dass sich das, äh, das verschickt. Gut, dafür ist das da. Und so wird es genutzt. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie es installiert haben, ist das nicht übermäßig kompliziert. So. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie das geht. So, erstmal die Motivation. Nein, klar. Hier ist noch nicht. So, als Zusammenfassung und Vergnüpfung zur letzten Vorlesung. Wir hatten gesagt, wir können das auch fett. Es sind keine Schulen. Es geht nicht um die Plastiklinien von Lösungen. Computer sind die Herausforderung. Das, was wir tun wollen, ist, wir wollen, wir wollen face the plenty, fake, junk and all. Wir möchten gerne das Bewusstsein des Planeten entwickeln, indem wir den Bauch der Machtstrukturen mächtigen oder der Macht ein Gesicht geben lassen und mit ihnen reden können. Zum Beispiel auf demokratische Art und Weise. Das müsste man hier anfangen zu etablieren. So, wir haben hier ein schönes Planeten, das Ding gemacht, und das ist hier, wie das geht mit diesem digitalen Bekönig in Köln, um 1900. Wenn wir auf dem Flachland, das heißt in der geocentrischen Weltwelt leben, das ist aus meiner Sicht das 18. bis 19. Jahrhundert, ist geocentrischt. Weil wir in der Zeit sind, dann haben wir diese Form von Vorstellungen. Das heißt, das Solide ist, stehen hier, das sind die Ressourcen, das kennen wir. Und dann können wir schauen, was auf dem Boden ist, und das ist die Fuß, das ist verlässlich. In jeder Beziehung. Das würde ich sagen, wäre es nur ein Fletter. So, was wir hier haben, wie wir hier programmieren, auch da, das ist ja schön, das ist der Code, damit ich so ein Planetensteam, unser Planetensteam einhören kann. Und Sie sehen hier, wie ganz Laufen ist. Und Sie sehen auch, wie Eirich das abseits ist. Das ist die Großen. Also, die Sonne ist abgetragen, die ist auf irgendeinem größten Netz, damit man sie schöner als Mittelpunkt sieht. Die Sterne sind in der Proportionen zueinander richtig. Aber es hat sich mal so groß im Durchmesser als in der Erde, in der Erde. Und was Sie jetzt sehen, ist, wir sitzen hier aus der Erde, das ist hier. Das sind die Dinge alle auf meiner Seite. Und wenn Sie jetzt noch überlegen, dass das alles mit der Gravitation aufeinander Einfluss nimmt, dann eiert die ganze Welt so hoch. Und Sie stehen nicht auf Süß und Boden. Und die kopenhagenischen Stellen heißt, dass ich nicht mehr dahin gucke, auf die Wahrheit der Ressourcen, auf die Wahrheit eines Arguments, in einer, dass man versucht, Ursache, Völkungsgelder aufzubauen und so weiter, sondern ich stehe einfach daran und sage, ein bisschen durch das, das dreht sich alles. Und es ist leer und voll. Und deswegen würde ich sagen, mit den Circles ist das, was wir heute eigentlich hatten, mit diesen schönen Plakaten. Und das ist die Situation, die ich in Versuch der letzten Woche darzustellen. Und wir hatten dieses hier, die Ordinalität von Raum und Zeit. Raum wird erfahren akustisch über die Fökalalität, die sich ausbreitet. Und dann schneiden Sie mit der Sicht die Ausbreitung in den Raum. Und das ist die Zeit. Dann können wir die Wellen, also wenn Sie in den Stein reingehen, dann breiten sich die Wellen im Raum aus, wie akustische Wellen, alles gleichzeitig im Raum. Und dann können Sie die Wellen aber in einer bestimmten Richtung gleichzeitig setzen. Das heißt, das Ereignis in der Vergangenheit soll man das drücken. Das heißt, der Blick ist zeitig. Und der Raum ist akustisch. Das hatten wir. Und das ist beides unabhängig voneinander. Das heißt, die Wellen, wenn wir nicht sehen, dann so. Und wie in Indien kann die Welle nicht sehen. Dann hatten wir über die Intelligenz gesprochen und gesagt, dass alles, was wir haben und was wir sehen auf dieser Welt, immer sowohl Zeit und Raum ist. Und deswegen ein gebrückter Raum und Zeit gab es gleichzeitig. Ich hatte gesagt mit Michael Zerr, dass die Intelligenz so etwas ist, wie es eignet. Und das ist einfach da. Und die Dinge, die kommen, die fallen, die berühren sich, die drehen sich und so weiter. Und diese Zeitkapsel würde ich nennen hier precious pieces of time. Es gibt die Kapsel der Intelligenz, weil sie sowohl sehen als auch hören und sprechen können. Und das ineinander übersetzt, sowohl in Zeit als auch in Norm, was immer Intelligenz braucht, damit sie diese Übersetzung bekommen können. Und das sind precious pieces of time. Wie die kleinen Wasserkopfen oder wie diese Blätterchen und so weiter, die drehen wir da. Das sind aktive Subjekte. Wie die Planeten, drehen sich alle Kamerinnen miteinander um das Zeit. So, denke ich, muss man das sehen. Und was wir jetzt Ihnen zeigen möchten, wenn das so ist, und wir uns auch als aktives Objekt in dieser Höhe betrachten, unter all diesen anderen Objekten, wie können wir unser Cultural Heritage einleiten. Also, wie können wir das verstehen und kennen. Und deswegen spreche ich gerne von den Träumen der letzten Tage. Dann kommt der neue Tag, dann geht man raus und denkt, was ist das? Man muss anfangen zu reden. Also, die Nacht sind wir diese Kapseln. Und am Tag müssen sie rausgehen in den Raum. Und man ist noch viel. Hier eine ganz offensichtliche Skizze. Diese logischen Linien von Ursache und Wirkung oder von Geschichte folgen immer in der Vorstellung, dass es Ereignisse gibt und dass die Ereignisse Ursache-Wirkung sind. Das heißt, es gibt eine klare Chronologie, das heißt eine Logik in der Zeit, die Ereignisse aufzurüsten werden. Und die wird aufgelistet über die Zeit auf einer Perlenkette. Das ist das, was wir geschütteln. Und das ist offensichtlich kompliziert, weil ich kann ja zum Beispiel hier stehen und ein Buch lesen von Koppelssee. Sprich, der Koppelssee macht einen Urschluss in den Zukunft. Oder ich mache einen Urschluss in den Zappel, in den Vorhundertjahren. Ich kann auch Buch vom Blatt auf lesen. Aber die Zeit auf den Jahreswirkung. Und wir merken das, dass sich dadurch diese These, dass das alles chronologisch ist, irgendwie komisch ist. Das ist das Letzte alles auf der anderen Seite. Wir sind alle miteinander verletzt. Das, was jetzt neu passiert ist, dass wir, und das ist wirklich neu, dass wir technisch diese Dinge jetzt tatsächlich alle miteinander verletzen können. Das heißt, die Zeit ist technisch zurück. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass das in dem Planetensystem, der steht jetzt hier, und Sie immer alles aus einer bestimmten Perspektive sehen. Es ist immer alles irgendwie da, aber immer alles nur in einer bestimmten Konstellation. und dann schieben Sie hier ein grundlegendes Blatt auf. Und es ist nicht in der Perlmte, wie wir das in der Schule lernen. So. Dann gibt es diese Vorstellung, wie das, also das, 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 das sind immer Renaissanceen, wenn Sie die Dinge anfangen, so beliebig zu verknüpfen. und aus dieser Lidiarität herausgehen. Zum Beispiel, wenn Sie, der Unterschied zwischen einer, einer Sprache, das war im Mittelalter so, dass die Sprache, das Genur des Latein, und das Griechische als Sprache war. Und Wahrheit konnte nur, in griechischen Latein ausgedrückt werden. Und weil man sich präzise in griechischen Latein ausgedrückt, drückte, war das wichtig. Das war, was ich im Ruf. Und dann kommen die in der Renaissance her und sprechen einfach Italienisch. Und sprechen irgendwas, ungeprüft. Das ist für jemanden, der Latein und Griechisch braucht, einfach fit. Die Plattate, das Parikana, die Plattaten der Architektur, aus der Renaissance, aus der Renaissance ist, dass die einfach Fake-Geschichten erzählt haben, in Italienisch. Oder dann, dass sie die Bibel einfach, das ist Luther, einfach auf Deutsch übersetzt haben. jenseits der Überprüfbarkeit. Das sind die, als sie gesprochen haben. Vernakulär. Und dann dauert es wieder bis zur nächsten Konstellation, dass jetzt die normalen Umgangssprachen, die Vernakulär waren, also das Sprechen jenseits der Sprache, dass das wieder Stabilität bekommt. Dafür braucht es dann wieder die Aufklärung und die Romantik. Und seitdem ist so etwas wie Deutsch wieder eine ernstzunehmende Sprache und nicht einfach nur ein Sprechen, ein Reden am Stammtisch oder sowas. Und interessanterweise erleben wir das jetzt im Internet wieder. Das ist einfach nur vernakuläres Sprechen. Ohne Kontrolle. Und natürlich sind alle Geisteswissenschaften immer nächsten aufgebracht über den ganzen Unfug. Das ist aber alles nicht neu. Das hat man früher für Latein auch nicht wahrfacht. Man konnte einfach die täglichen Geschäfte mit Italienisch lösen, mit den ganzen Dialekten. Aber man konnte nicht reden. So, das war damals so. Oder das gleiche Geschichte mit dem Buch, das die Wahrheit hatte, unsere Bibel, und dann die Printing Press. Das war immer so, dass die über die Mönche interpretiert, wieder mit Mühe und großer Sorgfalt neu geschrieben wurden. Aber es war einfach immer das Buch. Und das Problem von der Printing Press war, dass man jedes Buch machen konnte. Dass diese Kontrolle von intellektuellen Mönchern, die das reproduzierten, nicht mehr hatte. Das war das Hauptproblem. Und das Problem jetzt von den Thesen von Luther war auch nicht, dass der die Thesen da aufgetrieben geschrieben hat. Das war, dass der mit der Druckerpresse einfach im Moment 30.000 oder 300.000 innerhalb von ein paar Monaten in Europa verteilt hat. Und es einfach kein Halten mehr gab. Das ist alles direkt so, wie wir das heute auch erleben. Und das auch noch in Deutsch. Einfach alles durcheinander gebracht hat. Und ähnlich, denke ich, ist das mit der Wissenschaft heute, die eine Sprache ist, die ein Garant für Richtigkeit und Sicherheit ist. unsere Gesellschaft in Pomo organisiert haben. Und dann diese Attraktion von Junk and Fink, die wir heute ausgesetzt sind. Und das sind alles immer wieder die gleichen Beispiele. Das ist die Crisis of Truth. Und the truth is of dieser Linie. Und weil wir das so verknüpfen können auf neue Ordnungsweise, gibt es Schwierigkeiten. Weil wir einfach sagen, ja, aber da und da und da und jeder macht das irgendwie anders. Weil jeder irgendwie auf einem anderen Planeten ist. Weil jeder aktive Subjekt ist. Was als Vorstellung eigentlich wunderschön ist. Das muss belernt werden, kulturell. So, dann gibt es dieses Begriff der Objective Chains. Das praktische Problem mit den Theorien und den vielen ist, die Grundsätzliche Problem ist das Framing Problem und das Combinatoric Explosion. Das habe ich häufiger erklärt. Das können Sie auch nachgucken einfach. Das sind die zwei wesentlichen Probleme. Das sind die beiden Probleme, die es gibt. Von Systemen und so weiter. Und die sind mit mit Gödel als Mathematik. Das ist die Krise der Anschauung. 1880, 1900. In der Richtung, da wo dieser Turn ist, ist klar, dass man nicht korrekt und fehlerfrei und vollständig die Welt beschreiben kann. Man macht entweder Fehler und kann vollständig sein oder man ist fehlerfrei und ist auf den Krümel beschränkt. Und das nennt man Objective Chance. Das kennt man in der Quantenphysik mit Welle und Welle ist global und Partikel ist lokal. Und man kann nicht. Man muss entweder oder. Das heißt, die Physik arbeitet damit, sich nicht zu entscheiden. Das ist auch das, was wir mit den Katheten haben. Mit dem Gnomon und dem Schatten und dann der Hypotenuse, die das in der Balance hält. Man kann nicht sowohl der Schatten als auch der Stock sein. Nicht sowohl Zeit als auch Raum. Und was jetzt, das ist Objective Chance. Und das heißt hier, nennen Sie das jetzt hier Korrektheit und das Vollständigkeit. Und wenn ich korrekt bin, arbeite ich auf dem Krümel. Und wenn ich vollständig bin, mache ich nur Fehler. Und die Kunst ist, das zu balancieren. In einem Planetensystem. Und diese Vorstellung gibt es nicht auf dem Flachland. Dies aber konstituieren, das ist, was wir Objektivität nennen heute. Objective Chance. Objektivität des Zufalls. Das ist so etwas wie der Hintergrund des Weißen raus. Und das, was ich Ihnen auch oft erklärt habe, negentropisch, wir anfangen müssen, die Sachen zu kristallisieren. Da kommen die Zeitkapseln raus. Das ist wie ein Kondensat aus dem White Noise. Die kommen da raus. Tropfen. Deswegen ist das Rechnung von Intelligenz. Ja? Deswegen habe ich auch keine Angst, Ihnen Sachen zu erzählen, die Fehler haben. Oder die nicht wirklich, also wo man drüber reden muss. Ich will ja reden über diese Dinge. Ich will nicht recht haben. So. Was das sein wird, was ich Ihnen zeige, ist ein Moodboard. Und das können Sie dann bespielen. Und die Vorstellung ist, dass Sie das bespielen wie ein Instrument. Das Instrument macht ja interessanterweise zum Beispiel die Tastatur von dem Klavier, dem Keyboard oder die Griffleiste von der Gitarre. Das ist ja so etwas wie die Harmonie. Und die Harmonie sind ja in dem akustischen Zirkel bestimmte Proportionen in den Kreisteilen. Die man eigentlich ja nur hören kann. Und wenn Sie die sichtbar machen, haben Sie die Stege von den Seiteninstrumenten. Das ist so etwas wie eine Sichtbarmachung von der Harmonie dessen, was man hört, bevor es klingt. Das sind Instrumente. Und dann sehen Sie die Zeit. Und das sind Objective Harmonies. Wenn Sie das dann spielen, dann hören Sie das im Raum. Und dann artikulieren Sie Melodien, die dann vergehen. Deswegen glaube ich jetzt, dass das, was ich Ihnen zeige mit Wikipedia, Objective Harmony Set. Das ist wie eine Tastatur am Klavier. Das ist auch das, was Sie im Architekturbüro, in Ihrem Studio an die Wand hängen. Deswegen glaube ich auch, sind das Träume, weil die sind weg oder noch nicht da. Und immer wenn Sie da sind, sind Sie anders da wie gedacht oder wie es mal war. Und was Sie dann tun am Tisch, wenn Sie Modelle bauen, sind Melodien im Raum. Das sind die Modelle. So, deswegen sind das, was wir hier als die Cluster gesehen hatten, hier, die Tasten des Musikensfeuers. ja? Objective Harmonies. Und deswegen sind das keine Konzepte. Und deswegen ist es keine Klassifikation. Es gibt keine Definition dafür, außer die Faktizität, dass es Gruppen sind, die zusammen alles, was wir an Architektur kennen, beinhalten und das auf einem Instrument, also zum Spiegeln machen und die zueinander und die zueinander passen. Harmonieren, alles miteinander, so ist es wie ein Kompass, einmal rum, von allem. So stelle ich mir das vor, das gefällt mir. Das zur Intro. Jetzt wie immer, ich werde jetzt eine Reihe und Menge von Code erzählen, versuchen Sie, den nicht zu verstehen. Das ist, wenn Sie das zu verstehen wollen, ist immer zu langsam, weil die Planeten nicht schneller drehen und das ist sehr frustrierend. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Mächtigkeit des zirkulären Schreis, als es Goals, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie 400.000 Bilder nur ausdrucken müssen oder irgendwie auslegen müssen oder wenn Sie 400.000 Bilder irgendwie sortieren wollen, das ist ja Quatsch, das geht mit 200. Das heißt, Sie müssen immer anfangen, Ursachen-Wirkungsketten und denken, wenn Sie das per Hand machen und das ausbreiten wollen. Es gibt keinen, also wenn Sie im Flachland das machen oder wenn Sie wenn Sie das zeichnen wollen, das geht nicht. Mit Code haben Sie keinen Stress und es ist auch kein Unterschied, ob ich da jetzt 400.000 oder 40.000 Millionen oder irgendwie sowas mache. Das ist konzeptionell immer das Gleiche, es dreht sich halt ein bisschen schneller. Außen gibt es auch mehr Planeten oder irgendetwas. Ändert an der Sache nichts. Das heißt, ich möchte Ihnen einen Eindruck vermitteln, welche Mächtigkeit da drin liegt, zirkulär zu schreiben. Und einen Eindruck vermitteln, welche Art von Denken da drin hängt, wenn man so etwas macht. Dass sich das Denken auf den Kopf stellt. Und damit gibt es eine neue Form von Freiheit im Kontrast zu dem, wie man das gewohnt ist. Ich bin unglaublich schnell. Und die Ausdrucksformen für Leute, also so ist, deswegen tanze ich an. Die Figuren, die das können, sind in einer Gesellschaft, die das eigentlich nicht kann, sind auf dem Theater und zwar immer die Harlekins und so weiter. Die mit den komischen Schritten. Wo man nie so richtig weiß, ob man lachen soll oder nicht, nicht ernst nehmen muss, so und so weiter. Das sind die Figuren des Harlekins. Das sind die Leute, die einem das Planetensystem vormachen. Deswegen haben die auch so Kameromuster und so weiter. Ja? So, über die Technologie selber haben wir andere Vorlesungen. Das können Sie sich angucken. Und das ist der Code, der für diese Lecture gebraucht wird. So. Installation. Es gibt einfach einen Pfeil, der ist 30 GB GB, den Sie einfach noch runterladen müssen und dann haben Sie das. Dann müssen Sie das, wie üblich, auf der Datenbank installieren. Das dauert fünf Stunden. Das müssen wir über Nacht machen. Das sind 5000 Notebooks und irgendwie so 42 GB. So, jetzt will ich Ihnen nochmal wieder in Erinnerung rufen, was XML ist. Das ist die Sprache, wie das Internet funktioniert. Weil das Internet funktioniert so. Deswegen glaube ich auch, dass das mit der Objective Chance wichtig ist. So, weil das XML und dass wir auch mit dem Internet jetzt so etwas wie in der Quantentechnik haben. Und wir das, es gibt keine Ursache, wir kommen mehr im Internet. Und deswegen ist der Objective Chance wichtig. Form und Struktur oder Form und Funktion. Und Sie können nicht funktional sein in einer Form und Sie können nicht formal sein mit einer Funktion. Sie müssen das spielen. Und wer das, was das kann, ist das Internet und die Sprache. Da hatten wir auch letzte Woche wieder diese drei Stufen in den Mainframes. Da ist die Struktur fest. und die Form zum Design. Dann mit den PCs, mit dem Poststrukturalismus, der Postmoderne sind sie. Da ist die Struktur zum Design und die Form ist frei. Und jetzt mit den Markup Languages und dem Internet, mit dem, übrigens geht es Computing, mit unseren Touchpanelen, mit den Mobiltelefonen seit ungefähr 2000 ist jetzt sowohl Form- als auch Struktur frei. Und die Sprache dafür ist XML. Das heißt, sie transportiert Form und Struktur. Das heißt, sie sind frei in der Bewegung, wo sie diese Eins hinsetzen. Sie können das gestalten. Das können sie mit allen anderen Beschreibungssprachen nicht. Das Problem von dem Building Information Models ist, dass sie eine festgelegte Ontologie haben, die EFC-Modelle. Sprich, die Struktur ist fest. Sprich, sie sind auf der Ebene der Mainframes. Direkt. Und sie können auch gucken, in der Geschichte, das ist 1.70, 1972, Mainframes gehen von 1960 bis 1980, Funktionalismus in der Architektur, fertig. Existenzialismus und so weiter. Vor der Postmodernen. Das sind die Modelle heute, technisch. Und da kommen die auch nicht raus. Fakt ist, dass wir mit dem XML im Gebäude, so wie wir das jetzt auch dieses Semester wieder beschreiben wollen, sie Häuser beschreiben können, in, ohne Form und Struktur. Das heißt, sie können das in eine gute Balance bringen, Form und Struktur. So, und hier möchte ich nochmal zeigen, wie das technisch geht. Sie haben zum Beispiel hier den Code von fünf oder sechs Koboiden. Das heißt, sie haben hier ein Koboid, sie setzen das in eine Liste von 1 bis 12 in Schritten von 2. Das ist eine Pure Function, eine Map auf diese Variate von dieser Liste. Machen das jeweils rot. Das heißt, sie haben jetzt hier sechs von den Dingern, von den Würfeln. und zeichnen das grafisch. So, das ist der Code. Jetzt kann ich mir das angucken, im Mathematiker bleibt das immer der Code. Der sieht jetzt ausgeführt so aus, also das, was diese Funktion hier tut, innerhalb der Grafik. Wir sehen, das hier ist das Element und das ist der Body und das ist das erste Element. Dieses hier ist das erste Element. Deswegen gehe ich sagen, wenn das erste von dem Element ist, exakt dieses hier. Und dann sehen Sie, das sind die sechs Cubes mit diesen Dingern. Wenn Sie keine Form und keine Struktur haben, arbeiten Sie immer mit Schlüsseln, um da dran zu gehen. In diesem Fall geht das jetzt so, dass ich sage, auf den Code, was immer, also auf ein Gebäude oder eine Stadt oder die ganze Welt, setzen Sie einen Schlüssel. und der Schlüssel heißt jetzt eine Liste aus eins, zwei Elementen, wie wir das jetzt hier haben. Ein Element, zwei Elemente. Wir sagen, das erste Element soll die Variable A sein von dem Schlüssel, das zweite soll ein Kuboid sein, dessen erste Zahl wieder eine Variable ist, abgefragt. Diese Variable soll größer als zwei sein und kleiner als acht und dann soll da eine eins und eine eins stehen. Dann ist der Kuboid fertig und dann ist der Schlüssel fertig. Hier haben Sie dann die Kuboid und hier ist der Schlüssel fertig. Das ist der Schlüssel mit so ein paar Passpartouts. Und der matcht halt jetzt auf ein paar von diesen Dingen. Was immer es ist, gehen da rein und holen Sachen raus. In diesem Falle mit Cases hole ich sie raus oder mit Position frage ich, an welcher Stelle der Licht denn das in meiner Struktur und mit Replace ersetze ich das durch etwas anderes. In diesem Falle ersetze ich das wieder durch eine Liste mit dem ersten Element Grün, also nicht Rot und mit dem zweiten Element B1,3. Das heißt, da setze ich das Z rauf. Auf der Z-Achse wird das rauf bewegt und die Farbe wird verändert. So, wenn ich das jetzt ausführe, haben wir das. Und so machen Sie es mit allen. Das ist auch alles. Das ist die Technik. Sie nehmen immer irgendeine Struktur und eine Form, dann haben Sie einen Schlüssel, der Form und Struktur als Interesse, als Frage formuliert und dann tun Sie was. Oder Sie holen es nur raus. Wenn ich jetzt sage Cases, ich sage Cases, dann brauche ich natürlich das hier eigentlich nicht. Dann holt er mir die drei Coups raus und dann haben wir das. Und das ist der Mechanismus. Das nennt man Parsen. Das ist eine Implementation des Parsens. So. Hier haben wir jetzt das Gleiche. Wir wollen jetzt alle Wikipedia-Gebäude haben. Das heißt, wir gehen auf Wikipedia. In Wikipedia gibt es Kategorien, Unterkategorien und dann irgendwann Gebäude dran. Hier ist zum Beispiel jetzt die hier ist jetzt eine Seite bei Wikipedia. Alle Building and Structures by Centuries of Completion. So, das sind diese hier. So, und ich bin jetzt interessiert an Building and Structures completed in so. All diese Building and Structures completed. Dann gehen Sie da rein und dann sind wieder Unterkategorien da drin. wie Sie hier haufenweise Kategorien drin. Ja, dann gehen Sie da rein und irgendwann sind Sie dann bei einem tatsächlichen Gebäude. So geht das. Was ich also jetzt im ersten Schritt interessiert bin, ist diese Kategorien im Baum von Kategorien zu finden. Eigentlich will ich alle die URLs dieses hier von allen Gebäuden in Wikipedia haben. Und das mache ich über die Kategorien. Deswegen muss ich jetzt einen Schlüssel bauen, mit dem ich aus der Wikipedia Seite die Kategorien und dann die Gebäude rausrunde. Das sieht so aus. Das ist die Funktion hier. Da stehen die Cases. Nochmal Cases. Und jetzt können Sie zum Beispiel hier sagen, ich möchte gerne, so wird es benutzt, von dieser Webseite, Kategorie Building Structure Complete in the 30th Century BC. Dann gehen Sie da her und dann holt er Ihnen das Ding da raus. Das geht so, das kann ich Ihnen auch zeigen. Gehen wir mal eben in den Completed in the 30th VC. VC, das ist diese Seite. Da haben wir geguckt. Und jetzt können Sie, wenn Sie das in den Preferences so eingestellt haben, hier den Inspector machen. Und hier haben Sie Tempel und was Sie jetzt suchen ist, hier A, das fängt hier an, hört ihr auf, Ref, Wiki, Barber Tempel und dann Tempel, Barber Tempel. Das müssen wir als Schlüssel raussuchen. Und das tue ich hier mit dem, das ist der Titel und hier sagen wir A, Ref, B und dann setzen wir das zusammen, um dann hierher zu kommen. Hier ist der Barber Tempel. Das ist nicht allzu viel. Hier kommt noch der Titel dazu und so weiter und damit ist das da. So geht es. So, der Begriff Kategorie wird aus meiner Sicht in Wikipedia falsch benutzt. Es ist, so wie es benutzt wird, ist es in der Flachwelt, das heißt es wird als Konzept benutzt und Kategorie ist im planetaren System in der Mathematik. Deswegen ist das ein Missmatch, da muss man aufpassen. So, wir haben das. Das ist jetzt hier für alle Building and Structures of the Centuries, das war die erste Seite, die wir gehabt haben über alle Gebäude. Mache ich jetzt erstmal, weil das, wenn ich das jetzt rekursiv mache, unendlich lange dauert und weil vor allen Dingen die Gebäude in verschiedenen Kategorien angehängt sind, hat man das sehr vielfach und sehr häufig. Auch Kategorien sind mehrfach in anderen Kategorien drin. Das ist ein bisschen vermascht. Die Leute machen auch so viele Autoren in Wikipedia, so ganz präzise ist das einmal. Man kann nicht vollständig und fehlerfrei sein. Viel durcheinander. Deswegen hat man besser Kontrolle, wenn man jetzt anfängt, das zum Beispiel nur für jedes Jahrhundert einzeln zu machen und nicht für alles gleichzeitig. Damit sich wenigstens die Jahrhunderte nicht miteinander in die Gelegen kommen. So. Deswegen habe ich hier jetzt eine Liste gemacht von allen Building Structures bei Century of Completion und das sind jetzt alle Centuries. Und zum Beispiel das erste Century ist jetzt dieses. Dann haben wir das zehnte Century das ist Isis. So. Um dann jetzt in einem Century auf die URLs von den Gebäuden zu kommen, habe ich das so gemacht, ich setze in meinem File-System hier English Building hier sind die alle. Da habe ich einen Ordner gebaut Wikipedia Beiges. Der ist hier. Machen wir das mal eben Backup hier. So, haben wir einen Ordner gemacht. Wir setzen das jetzt hier, hier kann man es interaktiv machen, hier ist es fix, setze ich ein Assignment auf diese Variable, weil das ein bisschen länger dauert, zeige ich mir das dynamisch an. Das Dollar Zeichen benutze ich immer um für eine globale Variable. Dynamik heißt, wo immer die Variable geändert wird, hier wird sie dann aktuell dargestellt, das ist dann so etwas wie ein Monitor und hier geht es jetzt her, dass ich sage, für die Centuries 1 bis 2, für das erste und zweite Century, möchte ich jetzt gerne die Wikipedia Kategorien parsen, das ist die Funktion und vorher unter dem Kategorien Namen einen File erzeugen und die Pages darauf als komprimierten Text abspeichern. Das mache ich in diesem Fall jetzt erstmal nur von 1 machen wir 1 bis 3 machen wir also 3 von den Scans 3-Centuries scannen wir jetzt. Das sind kurze. Jetzt sagt er hier, diese 3 haben wir und an dieser Stelle haben wir jetzt 3 von diesen Files, die, wenn Sie die angucken, komprimierter Inhalt sind, um das jetzt zu checken, müssen Sie es umgekehrt machen, wir gehen jetzt, sagen Import, wieder Text und statt Compress machen Sie Uncompress. Jetzt gehen wir auf einen dieser Files und hier rein PDA 30 und das ist der unkomprimierte Inhalt. Das sind die Pages, die URLs jetzt von dem 30. Century. Das sind die sechs Wikipedia Pages über Gebäude 3000 Jahre vor Christus. Und zwar immer in dem Format eine Liste von der Kategorie verweist auf die URL. So, um die URL zu bekommen, von dem zweiten und dritten ist das hier der Weg, also das dritte Element von der ersten Liste, dann gehen wir in diese Liste rein, dann sind wir bei der Regel und von der Regel möchte ich gerne den zweiten Teil haben, also 3, 1, 2, dann sind wir los. Das habe ich Ihnen jetzt für alle Wikipedia Pages gemacht, das kann ich hier das wieder haben. Das sind jetzt alle Pages. Die können Sie runterladen von Synaptica. Das war der erste Schritt. Jetzt kenne ich alle Webseiten von Wikipedia. Nicht so viel, also es ist immer wieder das Gleiche, wenn sie was können, sind dann schnell da. Dann haben sie zig Tausend von URLs und wissen, wo sie auf der Welt suchen müssen für bestimmte Dinge. Jetzt geht es um, dass ich die Inhalte einer Page angucke. Hier habe ich wieder eine Funktion programmiert. Jetzt haben wir einen etwas komplizierteren Schlüssel, der ist hier. vor allen Dingen deshalb aufwendig, was ich noch haben möchte, ist, ich möchte gerne den Titel haben, ich möchte gerne die Geoposition, ich möchte gerne das Jahr, ich möchte gerne alle Bilder mit ihren Untertiteln, ich möchte gerne die ersten drei Absätze des Textes haben. Und ich möchte gerne alle Links und Formatierungen beibehalten. Also wenn dann ein Hyperlink ist auf irgendwas anderes, möchte ich das gerne in einem Fall behalten. Deswegen ist das ein bisschen tricky. Geht aber relativ leicht. Sie gehen jetzt zum Beispiel hier, das ist die URL, wenn Sie auf irgendein URL jagen, dann sagen Sie, der Name ist der Basename von dem, das heißt der Basename ist hier ohne die Direction, das Basename ist das hier, das hier 1200, so, das ist Manfred Martin Haus und dann benutzen Sie diese Funktion URL name and year und dann kriegen Sie diese Daten. Was passiert ist, ist jetzt ähnlich wie mit dem roten und grünen Hupen, Sie gehen mit einem Schlüssel rein, holen das, was Sie interessiert, diesen Satz von Dingen, die mich interessiert, hol ich aus der Webseite raus und übersetze das jetzt auf den Code, mit dem ich Webseiten in Mathematika beschreibe. Da das die gleiche Struktur hat, nur ein anderes Vokabular, ist das nicht schwierig. Das ist einfach einmal übersetzen wie von Italienisch nach Französisch oder sowas. Das mache ich also so, statt den Rot mache ich einfach grünen. Deswegen gibt es Starreplace. Ich filter das und hole mir diese Dinge raus. Das macht die Funktion. Nächster Schritt ist ein Notebook erzeugen. Nächster Schritt ist diese Daten hier auf das Notebook schreiben. Da haben Sie den Titel. Sie können auf die Wikisource gehen. Wir haben das Bild Wikisource nicht mal gerade aufgenommen und sie funktionieren sogar diese Links hier. So ist es der Parser den ich Ihnen hier geschrieben habe. Der ein bisschen lang ist. so um jetzt wenn Sie das haben und fix haben dann geht es jetzt darum dass Sie das für alle machen. Dafür müssen Sie jetzt in unserem System sagen wo das passieren soll. Normalerweise wo das MTP Editor arbeitet ist immer diese Variable dollar MTP Library er arbeitet im Moment immer in My Working Directly das müssen Sie setzen auf zum Beispiel Wikipedia Building English Demo haben wir das hier machen wir das mal eben hier Demo so da arbeiten wir jetzt drin und ich kann jetzt hier Directly Demo da möchte ich gerne arbeiten damit ich den Rest nicht durcheinander bringe so jetzt haben wir einen Pfeil wir gehen jetzt zum Beispiel ins 5. Jahrhundert einer von den die wir vorhin aufgelistet haben ins 5. Jahrhundert wir importieren die jetzt die ganzen URLs aus dem 5. Jahrhundert die wir vorhin gescannt hatten alle machen an Compress wir gucken uns ein Beispiel an das erste und das sieht genauso aus wie wir hatten und hier ist der Link so hatten wir das jetzt kann ich mir angucken zum Beispiel das gruppieren nach Clustern also welche Gruppe hier hat wie viele URLs insgesamt gibt es in diesem Jahrhundert 132 56 davon sind Churches normales Notebook kann 300 500 von den Dingern vertragen dann ist man bei 30 40 Megabyte und dann wird es ungeblich das heißt bei diesen Jahrhunderten die weit weg sind geht das das ganze Jahrhundert und für die aktuellen Jahrhunderte habe ich das einfach nur jedes Jahr gemacht immer paar Hundert Elemente deswegen sehen sie auch hier jetzt dass sie dann die Buildings nach Jahren aufgeschlüsselt haben so wir sehen jetzt hier das ist jetzt hier gibt es dann viele 15. Jahrhundert nach Christus und dann haben sie 1900 das ist zu viel und hier sehen sie jetzt auch das ist der gleiche Code wie wir das hatten und dann sehen sie jetzt hier die Klassen da gibt es jetzt sehr viele das macht jetzt keinen Spaß mehr deswegen habe ich jetzt hier das nach Jahren sortiert ich setze ein Jahr und sage jetzt hier gib mir bitte alle Kategorien die diese Jahreszahl beinhalten also gib mir alle URLs mit der Kategorie die 1453 beinhaltet so das sind jetzt diese und dann baue ich ein notebook für jedes Jahr fertig das so jetzt haben wie wir das vorhin hatten von dem subset aus den 1453 sind das die URLs wir holen jetzt die wir machen uns jetzt einen Namen für das Dokument ich sage einfach Buildings aus dem Jahr sagen wir Buildings in dem Fall damit es nicht kollidiert mit dem was ich schon habe Demo so jetzt habe ich diesen Namen der ist noch nicht da jetzt parsen wir wie wir das vorhin hatten diese Wikipedia Buildings mit dem Namen und dem Jahr auf die URLs das sind diese hier das heißt wir parsen jetzt sechs Seiten und holen davon den Code fertig wir kreieren ein MTP Notebook das heißt das ist dann ein Editor wir haben das Style installiert und speichern das in der richtigen Art in der MTP Library sonst ist es ein normales Notebook Create so jetzt wird es gespeichert und jetzt haben wir hier einen Editor wir können jetzt die Zellen dort speichern alles schön und jetzt gehen wir her und schließen das Ganze wir selektieren das ganze Notebook und sagen Selection Close All Subgroups dann haben wir das dann speichern wir das Notebook und schließen es dem Effekt dass wir jetzt hier bei Demo hier den Unterordner Buildings Demo haben mit einem Notebook da drin der exakt das beinhaltet was wir vorhin gemacht haben okay lösche ich wieder so wir können das mit allen Gebäuden machen da Buildings das muss Building heißen und dann das dauert jetzt wieder das hat bei mir jetzt 20 Stunden gedauert ich habe nicht so ein schnelles Internet aber und das hat dann diese 42 Gigawatt produziert und 5000 von diesen Notebooks so wir brauchen das ist jetzt ein interessantes Phänomen damit haben sie die Daten und gescannt um jetzt die Bilder zu sortieren brauchen sie jetzt diesen weiteren Gedankengang was jetzt so sie könnten jetzt zum Beispiel sagen nach visuellem Eindruck das interessiert mich aber nicht ich möchte ja gerne dass ich die Kirchen habe oder sowas sowas oder die Innenräume oder die Orgel oder irgendwelche Karten über Gebäude aus dem 16. Jahrhundert und so weiter oder Leute die stolz davorstehen und Gebäude bezeichnen so was immer da passiert das ist eigentlich vollkommen schmerz jetzt habe ich aus den vielen gelieferten neuronalen Netzen die die Mathematiker anbietet hier eins das heißt Inception V1 Places 365 da gibt es 365 verschiedene Plätze oder Situationen die benannt werden anhand eines Bildes dass ein Bild sagt ja das ist eine Kirche von außen oder das ist irgendwie ein Marktplatz oder so das ist ein Theatergebäude innen es gibt andere Daten andere Neuronalen Netze und so das ist das was das Ding macht so und das kann man laden das ist Teil von Mathematiker neben 100 anderen die alles mögliche machen das ist sehr interessant das wächst auch enorm schnell dass das angeboten wird jetzt kann ich das als Funktion benutzen ich sage einfach Funktion setze da zum Beispiel unser Bild rein und frage was sind die Wahrscheinlichkeiten und dann sagt er das ist eine Hunting Lodge Outdoor mit 33% ein Osthaus mit 13% wahrscheinlich dein Schulhaus mit 11% und so weiter das nehme ich einfach finde ich interessant gehen wir hierher und dann sagt das ein Courthouse eine Ambrose eine Plasser eine Church Outdoor und so weiter alles nicht so schlecht und dann machen wir das hier da weiß er nicht so viel er sagt einfach das sind Dauer das ist mir eigentlich vollkommen wichtig ist dass es ungefähr unserem Interesse entspricht zu sagen was ist das eigentlich ungefähr jetzt mache ich das einfach mit allen 400.000 bildern die ich da jetzt gerade geladen habe von wikipedia und hänge das an die Bilder hinten dran so das mache ich mit dieser Funktion und das Ergebnis ist hier wenn wir jetzt hier reingehen haben wir jetzt hier so etwas dann gehen wir jetzt zum Beispiel hier rein und ich kann jetzt das hier anzeigen was der Code ist dahinter und das sind jetzt die ganzen Pixel komprimierten Pixel und am Ende habe ich drangehängt die Index ist das Jahr 365 Geopositionen und dann hier die Objekte das Kaspar Synagogue Outdoor Park und so weiter das heißt jetzt alle Bilder von diesen 5000 Dokumenten die 400.000 Bilder haben jetzt alle diesen Index und wissen ungefähr was da drauf ist das hat wieder 8 Stunden dauert so das mache ich mit dieser Funktion die habe ich hier beschrieben und beschrieben wie man die benutzt das ist der Datensatz hier können Sie Nächster Schritt ist wenn Sie das geladen haben das müssen Sie tun Sie müssen das einfach in Ihrer Datenbank Sie laden das das kriegen Sie von der Szenotheker diese 40 Gigabyte die so erzeugt worden sind wie ich das beschrieben haben laden das runter und speichern das in Ihrer Datenbank und dann haben Sie 1,7 Millionen neue Einträge hier ich habe jetzt also das sind jetzt zum Beispiel Governmental Buildings in 200 das hat nur 286 wenn ich jetzt aber hier Buildings ich bin ein bisschen frustriert die Datenbank wird dann doch langsam also jetzt haben wir 650 und wenn ich jetzt alle nehme dann habe ich jetzt 3,1 Millionen und ich hatte mit 1,3 Millionen gestartet 1,7 1,8 Millionen dazu durch diese 5000 was lustig ist weil diese Vorstellung dass man diesen Kram hier irgendwie sortieren kann nur über diese EU IDs die finde ich schon skurril dass das Ordnung behält das macht einfach keine Durcheinander nur diese komischen langen Nummern also diese Zahlen die weltweiten einmaligen IDs macht einfach keinen Durcheinander das finde ich schon waren so speichern kann man das einfach mit diesem Menü das blockiert ihren Rechner wieder für 5 Stunden das heißt müssen sie aber nachmachen Auto Access das wird jetzt wie immer sie sagt ein das ist das Directory das muss in ihrem Rechner da sein wo sie es haben ich habe es unter Working Wikipedia Englisch gemacht jetzt gibt es hier File Names Joker Punkt NB in diesem Directory in allen Hierarchiestufen und von dem jeweils Mapping nur den File Base Name das sind die Buchnamen die wir haben wenn ich das jetzt mache das geht relativ schnell sind 5000 Notebooks in diesem Directory das war dieses Directory hier Buildings English und da drin gibt es von diesem File also Joker mit Punkt NB 5000 drei Bücher ein Sample ist das erste Buch was wir haben ist dieses das tausendste Buch ist das so jetzt sage ich hier MTP Datenbank Get Your ID End Vector of Book Images von Book Name 1 das ist das was wir etabliert haben jetzt geht er in die Datenbank und fragt welche Bilder gibt es von diesem Buch und dann sehen wir das ist der Buchname das ist diese weltweit einmalige Nummer das ist das Jahr die Geoposition und hier sind unsere Objekte davon habe ich eine Liste um da die Thumbs zu bekommen gehe ich auf diese Liste die ich bekommen habe von allen das zweite Element das haben wir hier gesehen immer das zweite Element von allen das zweite Element das ist von allen das zweite Element hier ist das erste und davon das zweite davon das zweite das sind die UIDs das ist hier das sind die UIDs und jetzt MTP Datenbank jetzt Thumbs of all UIDs UIDs und dann holen wir die Bilder ja das ist der Mechanismus der ist sehr generisch das ist eine Technik mit dem sie zurecht kommen mit dem was robust funktioniert und relativ schnell und skalierbar dann kommen sie mit Umbezeichnung von ihren Backups von ihren wenn sie Pfeilsystem sind ist das immer sehr anfällig dass irgendwas daneben geht dass sie was nicht wiederfinden und so weiter in der Datenbank ist das relativ gut aufgehoben weil es sehr restriktiv ist wie sie damit arbeiten auch wenn der Strom ausfällt ist alles nicht kaputt was wir jetzt tun ist wir müssen jetzt eine Karte machen mit allen Bildern das heißt wir suchen jetzt von allen Büchern hier sind die Buchnamen von dem ersten bis zum letzten wir suchen jetzt machen das gleiche was ich jetzt mit dem einen Buch gemacht habe für alle Bücher und produzieren die Indexe das dauert ein gewisse Zeit brauchen wir jetzt nicht tun weil ich das hier habe gespeichert habe und wir können das jetzt hier vom Pfeil System laden das ist das was sie wenn sie das System benutzen wollen als ersten Pfeil laden müssen und den Rest gar nicht überlegen das sind jetzt alle Index und wir haben jetzt hier 382.000 Index und wir sagen jetzt wir möchten gerne irgendeinen Index Index davon und das ist hier zum Beispiel das Ding der eine jetzt kriegen wir wieder einen anderen von den 380.000 das sind alle Index so was uns jetzt interessiert als nächsten Schritt ist welche Objekte gibt es denn also welche Keys hier so das heißt das ist auch jetzt interessant jetzt haben wir ungefähr 400.000 von den Dingern mit all diesen Schlüsselworten dann nehme ich jetzt alle Indexe ich frage jetzt wieder mit dem Schlüssel ich sage ich will eine Liste haben von Objekt zeigt auf eine Variable das heißt hier wo haben wir das Objekt zeigt auf eine Variable das ist die Variable A würde das sein das ist mit runden Klammern weil es hier beliebig anders eingebettet sein kann das heißt hier ist keine Klammer hier haben wir keine Klammer rundherum ist einfach nur diese Regel und ich muss hier damit ich das mit dem Zeichen hier nicht verbaselt muss ich das mit runden Klammern einmachen die strukturell keinen Einfluss haben außer dass das sortiert wird und dieses A von dem möchte ich gerne alle immer das erste Element das heißt wenn ich jetzt so ein A habe das ist A möchte ich von jedem immer das erste Element das heißt immer nur den Namen nicht die Wahrscheinlichkeit und das mache ich auf allen Ebenen von Cases also wieder einen Schlüssel und was rausholen das mache ich flach das habe ich nur die ganzen Worte dann sage ich alles was doppelt ist weg es werden ja wenn das 400.000 von den Objekten sind jeder hat irgendwie 8 von den Keys von den Charakteristiken dann habe ich 8 mal 400.000 dann 3 Millionen und dann muss ich sagen ich will aber das Doppelte nicht die also rausrechnen und dann möchte ich die gerne auch alphabetisch sortieren und jetzt gucke ich das an so schnell geht das und das sind die 365 Kategorien nach denen dieses neuronale Netzwerk trainiert ist da haben Leute gesessen und haben immer gesagt das ist eine Kirche immer Kreuzchen gemacht dieses Bild was ist das dies Bild und so weiter und dann fängt man an das zu trainieren das haben die mit 100.000 Bildern gemacht Kreuzchen 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 haben das trainiert und wenn dann was vergleichbares kommt wird das eben so erkannt mit einer Größenwahrscheinlichkeit so wir haben diese besagten 365 Keys deswegen ist das alles okay jetzt der nächste Schritt wir können ja mit den mit diesen Namen nicht viel anfangen rechnen tun wir immer mit Vektoren das heißt wir was wir suchen ist dieses hier so wir haben eine eine Liste ein ein Vektor mit 356 Nullen jeder Position also jeder Dimension dieser dieses Vektors ist ein Name zugeordnet das sind diese Keys die Keys sind die Dimensionen nicht x, y und z sondern r, field, r, b, k, b, r, b, k, b, r, b, k, b und so weiter das sind die Dimensionen 365 Dimensionen und jetzt möchte ich gerne eine Position in diesem 365 dimensionalen Raum formulieren und das ist ein Punkt in den 365 dimensionalen Koordinaten um das zu machen braucht es diese Funktion und die rechnet auch nicht super lange aber ich glaube das können wir machen haben es weit geschafft und was ihr jetzt ausrechnet ein Feld von 400.000 Vektoren die 365 Dimensionen haben so fertig das heißt es sind wie viele zig Millionen Zahlen aber sie müssen nicht überlegen wenn sie ein Bild haben vom Screen der hat ja auch 2900 mal 1080 sind auch schon 2 Millionen Pixel und da stehen jeweils drei Zahlen drauf und das wiederholt sich 50 mal pro Sekunde und so weiter das sind auch alles nur Zahlen das ist ja ein dreidimensionales Array 2 Millionen Felder mit jeweils drei Kolinaten das ist das Bild und das wiederholt sich 100 mal pro Sekunde also die Computer haben keine Angst davor so self-organizing Web das hatten wir auch ein paar Mal ich habe hier noch noch mal wieder ähnlich wie auch das das XML hier eine sehr klare einfache Beschreibung wir machen jetzt hier zur Demonstration ein 10.000 Punkte die dreidimensional sind die von 0 bis 1 gehen das sind Farbpunkte das sind 10.000 und wir können jetzt wegs 1 von 1 10.000 Punkte und wenn ich dann das kann ich jetzt als das ist eine Farbe A J G B Color von D dann haben Sie da eine Farbe und haben Sie eine andere Farbe so und das heißt also das sind Farben ich habe das dreidimensional nur gemacht damit man das als Farbe darstellen kann statt den 365 Dimensionen die wir oben haben für das echte Problem so jetzt baue ich ein Feld von Kategorien was 16 mal 16 groß ist und dreidimensional so das ist diese Self-Ological Map jetzt trainier ich die ah ne so ist es ah aber 1 so so sieht das aus ist weißes Rauschen oder buntes Rauschen keine Bedeutung drin so jetzt muss man das trainiert das ist hier und trainiert ist so Sie müssen sich das vorstellen das ist wie ein Wasser was magnetisch ist so und wenn Sie jetzt eine neue Farbe oder werfen Sie eine neue eine von diesen Farben oder Events einfach da rein ein Rot und dann klickt das auf das Feld was dem was dem am ähnlichsten ist das heißt das Rot fällt zum Beispiel hier drauf so das ist wie ein magnetisches Wasser dann kommt ein Grün und das fällt dann hier hin und dann breitet sich das mit einer Welle aus und macht die ganze Umgebung wie eine Welle etwas etwas grüner so abfallend und dann werfen Sie wieder was rein wie eine Welle und so weiter so geht das und was wir jetzt tun ist 10.000 Events in 6 Iterationen also 6 Durchgänge mal 10.000 also wir werfen jetzt 60.000 Events da rein auf dieses Farbfeld und das nennt man trainieren Ah, wieder wächst So, jetzt trainiert er das das Interessante ist jetzt dass das Feld so aus und was er jetzt gelernt hat ist sowas wie seine Welt der Events zu verstehen das heißt er hat jetzt Konzepte von Farbigkeit und das sind Kategorien und das entspricht dem was wir mit den mit den Kies hatten hier für unseren für unseren Start hier das ist eine solche Kategorie was wir jetzt tun ist wir schmeißen einfach und machen das auf die gleiche Art und also jedes alle K.I. geht so ich glaube nicht dass es irgendwas es gibt technische Schwierigkeiten an verschiedenen Stellen konzeptionell geht das so und das eigentliche Problem ist nicht ob das technisch schwierig ist es ist ein relativ einfacher Algorithmus die neuronalen Netze gehen so und ob das Deep Learning und so weiter ist eigentlich immer das gleiche das komplizierte Phänomen ist zu verstehen was zum Teufel da passiert und was man tut ist man integriert das was ich mitdenke mit dem mit dem Instrument sie nehmen diese vielen Ereignisse der Welt und sie fangen an das zu integrieren in eine in eine explizite Harmonie das heißt sie bringen es von dem Raum in die Zeit und präspezifisch als Instrument sie machen aus den Klängen der Welt eine Tastatur das ist immer was sie mit künstlicher Intelligenz machen und das ist so schwierig zu verstehen was das heißt und sie integrieren den Raum und machen ihn verfügbar in der Zeit das ist Intelligenz eine Rotationsbewegung eine integrative das ist so was als Covering Space einer Rotationsbewegung im komplexen Zeitraum was immer das heißt das ist die eigentliche Schwierigkeit das ist nicht der Algorithm der Algorithm ist super einfach und der unterscheiden sich auch nicht wirklich die machen alle diese Integrationsbewegungen das machen sie auch unterschiedlichster Art und so weiter und alle kommen eigentlich ungefähr aus gleicher raus die Schwierigkeit ist zu verstehen worum es geht deswegen erzähle ich ihnen das auch immer so es sind auch diese Geschichten mit der Raum mit den Zeit mit den Hörern mit den Seelen mit den Wänden mit den Decken das sind so komplizierte Geschichten weil am Ende integrieren die das wir haben es in unserer Kulturgeschichte immer diese Bewegung integriert Raum und Zeit so und jetzt das Verrückte ist wir machen das gleiche jetzt mit unseren 365 Dimensionen wir trainieren das genauso das dauert jetzt einfach ein bisschen länger nicht lang ein paar Minuten und wir können das jetzt inspizieren wir können natürlich jetzt nicht so eine schöne Karte davon machen weil 365 Dimensionen können wir nicht zeichnen aber wir können jetzt abfragen zum Beispiel sagen wir fragen jetzt ich lasse da doch ich lasse rechnen wächst ich lasse rechnen fertig so wir können jetzt sagen das macht diese Funktion hier und fragen alle Vektoren von 1 bis bis zum letzten vom Anfang bis zum Ende und fragen wo fällst du denn hin in der Fertigung das heißt jetzt kann ich sagen auf dem Unit 1 sind die Bilder auf dem Unit 2 sind die Bilder auf dem Unit 3 sind die Bilder und so weiter das wird jetzt gemacht es werden die Häufchen gebildet das nennt man Best Matching Units brechen brechen wir es ab das dauert lange ich kann es hier laden das habe ich ein bisschen das auch nicht trainiert das zweite Element was sie geladen haben bei der Demo wir müssen auch die Sum gar nicht mehr benutzen das ist wie ein trainiertes Net Model wie das mit dem man Objekte in einem Bild identifiziert einfach vortrainiert und das ist hier Best Matching Units und das sind auch nur 600 Kilobyte ganz wenig Zeug so jetzt haben wir das und jetzt können wir fragen wie viele Bilder gibt es denn jetzt in dem auf dem Unit 2 und dann sagen wir hier das sind 7500 auf dem 7900 und so weiter und hier können wir jetzt schauen welches Unit hat wie viele Bilder und Sie sehen das ist einigermaßen verteilt das ist sowas wie eine Landschaft mit Bergen und Tälern da unterscheiden sich diese prinzipiellen Konzepte wie das Rote und das Grüne gibt es bestimmte starke Unterscheidungen und an den Grenzen gibt es immer relativ wenig und dann der Kern eines einer Kategorie ist immer sowas wie ein Berg aber sonst versucht das möglichst gleichmäßig zu sein so hiermit suche ich jetzt hier haben wir die Bilder jetzt wissen wir welche Bilder das sind dann wissen wir welche welcher Vektor das jeweils ist oder welche Konzepte dahinter stehen welche Klassen die rechnen wir alle zusammen und suchen die fünf stärksten Konzepte für jede Unit aus und damit gibt es dann diese Liste die ich Ihnen am Anfang der Konzepte die habe ich Ihnen auch schon gespeichert das ist diese Liste der Konzepte das ist hier das ist diese Liste das kommt dann da raus so das war's jetzt gibt es die Editoren wie die da drankommen können die sagen ich möchte gerne das Units 37 ich möchte gerne 12 Elemente dann laden Sie die Units von dem von dem Ding das sind 3560 so sieht ein Element aus hier ist jetzt der filter wir wieder mit einem Schlüssel den Ja und das Geo aus dem Element das Ja ist hier und das Geo ist hier das filtern wir raus indem wir Mimikry auf diese Struktur machen hier und das setzen wir dann in dieses Format mit dem Effekt das Filter jetzt so aussieht dann haben wir eine einfache Struktur immer Ja Geo Ja Geo so und dann haben wir jetzt hier das grafisch dargestellt die Häufigkeiten machen wir das mal mit einem anderen da sehen Sie in welchem Jahr es prominent wird und welchem nicht hier geht es über Geo können Sie jetzt hier schauen wo das jeweils ist Sie sehen das ist fast nichts zu tun weil das Mathematiker immer liefert so und dann gehen wir jetzt hier und sagen wir suchen jetzt hier zum Beispiel von dem Element 13 12 Elemente machen das hier aus den 3000 und jetzt sagen wir Jahr 1400 Duration 1000 Italy 2000 Kilometer und jetzt holen wir alle Links heraus die dem entsprechen das heißt wir haben 121 URLs die das können und selektieren davon jetzt 12 die wir darstellen wollen per Zufall das geht hier Random Sample von dem Links up to 12 Selection wir suchen von der Datenbank die Thumbs dazu und zeichnen das das und hier wir sind wenn wir das jetzt nochmal machen kriegen wir eine andere zufällige Selektion davon so das ist jetzt 14. Jahrhundert gehen wir ins 16. Jahrhundert mit der gleichen Kategorie dann sehen sich dass das gesamte Ding sich ändert und das finde ich sehr sehr beeindruckend dass ich die Dinge drehe von 15. Jahrhundert dann ist das etwas dazwischen oder gehen Sie Unit 34 was immer das ist diese Dinge schauen sich das an ah link habe ich noch nicht getroffen so fertig Geographic dann warum ist das da kein Button das sollte dann wollte der ich habe es hier zusammengestellt so geht es ah hier 1 bis 2 noch was hier nochmal zack wir haben die Direktreste heinander geschmissen unterwegs mit dem Dollar NT Lager kommen dann höst mal jetzt 2 bis 2 bis x So, dann haben Sie jetzt hier die entsprechende Webseite und Sie kommen dann hier auf die entsprechende Wikisource. Wir gehen in ein anderes Jahrhundert und sind hier Webseite und können auf die Art und Weise wunderbar recherchieren und kriegen einen Korpus. Das heißt, Sie können etwas belegen, nicht mit einem Argument, sondern mit 100 Beispielen, ohne Schwierigkeit. Und dann sehen Sie immer quasi sowas als Pattern, was dazwischen liegt. Das ist das, was die Hypotenuse macht und die Ratio. Und das ist das, was das Differenzial ans Integral macht, dass Sie immer zwischen den beiden Punkten sagen, der Vektor, die Tangente liegt dazwischen. Und das ist die Ratio. Und das heißt bei Descartes, Cogito, Ergeson. Immer das, was dazwischen liegt. Und Sie wissen, dass all diese Bilder fake sind, aber das, was dazwischen ist, ist stabil. Das ist die Tangente und das integrale Differenzial. Solche Bewegungen, die die Welt gännt. Das wollte ich hinzeigen als Instrument. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nochmal wieder zeigen, wie dieses zirkuläre Schreiben geht, welche Mächtigkeit da drin hängt und wie man das nutzen kann in ihrer Art. Und wie Sie dann anfangen, mit der Theorie jonglieren zu können. Das ist nicht so, dass man keine Theorie mehr hat. Das heißt, es geht ja wirklich dann so, dass wenn Sie jetzt hierher gehen, dann gucken Sie das an und dann gucken Sie sich ja wirklich die Dinge im Detail an, dann fangen Sie an zu lesen und so weiter. Aber Sie können arbeiten, ohne alles zu kennen. Das ist das Wichtige. Sie wissen, was Sie, Sie können Ihr Modell daran bauen, Sie kennen im Prinzip die Welt und dann bauen Sie Ihr Modell und über das Modell stellen die korrekte Fragen, stabilisieren das und können zu jeder Frage sehr schnell sehr präzise Antworten finden. Weil die Theorien die Träume der letzten Nacht sind. Und da kriegen Sie dann schnell Zugang. Das, glaube ich, auch ist das, was wir brauchen als Bewusstsein. Wir brauchen ein globales Bewusstsein, um lokal die Sachen qualifizieren zu können. Und das ist der Mechanismus, wie das geht. Das ist die Schreibweise, das ist die Denkweise, das ist die Mathematik, die ich Ihnen da gezeigt habe. Soweit für heute. Jetzt hoffe ich, dass wir nächste Woche machen können und die Schule nicht geschlossen wird wegen dem Virus. Wie überall sonst. Mal gucken. Jetzt sehen wir uns. Gute Zeit. Danke. Danke. Vielen Dank.